Moin Moin und herzlich Willkommen zum RedRage Gaming Crew Channel. Wenn ihr bei der RedRage Racing Meisterschaft heute Abend mit dabei seid, seid ihr hier genau richtig. Und auch wenn nicht, gibt es hier ein paar gute Tipps zu Granthorismo Sport und Online Zone. Also Leute, ab geht's! Ja meine Güte, wir sind hier in Granthorismo Sport und wenn ihr heute Abend mitfahren wollt, müsst ihr folgende Dinge wollen machen. Falls ihr das Spiel noch nie gespielt habt und das 19. Ihr müsst vorher auf Rennetikette gehen, damit schaltet man nämlich den Lobby Modus frei, also den Online Gameplay Modus. Wenn man sich da nämlich nicht die Videos zu fairem Fahren vorher anschaut, dann hat man das Problem, dass man da so ein kleines Schloss vor dem Lobby Symbol hat und das ist ein bisschen nervig, weil dann müsst ihr euch die erstmal anschauen. Also schaut euch die unbedingt an, ganz wichtig, das sind 2 Minuten 30 Videos ungefähr zum Thema, was bedeutet Sportsgeist und verschiedene Beispiele für unangemessenes Fahren, damit man halt auch weiß, was man nicht machen sollte und was man machen darf. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hinterher hier auf Lobby gehen, das müsst ihr dann auch heute Abend machen und dann müsst ihr unsere Rennspiellobby suchen. Also ich habe einen Raum erstellt, der ist privat. Ihr solltet mir vorher, auch wenn ihr mitfahrt, eine Freundschaftsanfrage bei PSN schicken und sagt mir vorher noch im Discord Bescheid vielleicht, dass ich da noch eine Freundschaftsanfrage offen habe, weil ich sehe das manchmal nicht. Und dann könnt ihr hier filtern, also ihr filtert nach der Rennstrecke, wir fahren Spa-Francorchamps und da müsst ihr hier so ein bisschen runter scrollen, weil die ist recht weit unten. So, die findet ihr hier unter Circuit des Spa-Francorchamps. So, ich hoffe ihr sprecht es richtig aus, wahrscheinlich ist mein Französisch völlig unter aller Kanone. Und dann macht ihr ein Häkchen hier bei Nur Räume mit Freundenanzeigen. Denn wenn wir auf der Freundesitze sind, dann findet ihr unseren Raum. So, dann steht das Ding hier auf der rechten Seite und ihr könnt da schön dran teilnehmen. So, das ist aber auch noch nicht alles. Ich habe noch einen kleinen Tipp, den habe ich gestern in unserem Test-Stream schon angeschnitten. Da habe ich mir gedacht, ich mache es nochmal extra in einem kurzen Video. Und zwar, achtet drauf, wir fahren mit Balance of Power. Deshalb solltet ihr gucken, dass eure Fahrzeugeinstellung, gerade das Getriebe, passend ist zur Leistung des Autos. Denn hier ohne Balance of Power hat das Ding voll aufgetunt, hat der Porsche 517 KW Leistung. Mit Balance of Power wird das auf 399 KW gedrosselt bei Spa. Und da ist es halt wichtig zu gucken, sind meine Gänge zu lang? Passt mir das Fahrwerk. Wenn ihr da noch nie dran rumgedoktert habt, müsst ihr am Fahrwerk nicht viel machen. Aber wenn ihr wisst, ey, mir ist das Ding zu schwammig und ich muss das und das einstellen, dann könnt ihr das hier verändern. Das ist ganz interessant. Ich persönlich war auch ein ziemlich beklopptes Setup, wo alle immer sagen, meine Güte, wie kannst du damit umfahren? Aber ja, das ist tatsächlich so ein bisschen Geschmackssache. Von daher muss man da halt mal ein bisschen drauf gucken. Und man kann da, hier sind immer schöne Beschreibungen dabei, zu den Stabilisatoren zum Beispiel, was man damit anpassen kann und was das bewirkt. Und ich würde tatsächlich auch dazu ran, anpassen, ausprobieren, anpassen, ausprobieren. Das Ganze immer wieder, das ist so ein Trailer-Error-Verfahren. Irgendwann passt es halt und ihr merkt, hey, die Kurvengeschwindigkeit, die ist schnell. Ich bin auf der geraden Flott, mir gefällt das Feeling des Autos, mir ist das nicht zu schwammig, mir ist das nicht zu hart. Und ja, dann seid ihr ungefähr in dem Setup, was euch gut gefällt, womit ihr wahrscheinlich gut fahren könnt. So, Aerodynamik könnt ihr auch noch einstellen. Da könnt ihr je nachdem, ich habe volle Möhre, wir brauchen hohe Kurvengeschwindigkeit, finde ich gut, deswegen habe ich es voll aufgedreht. Ihr könnt es aber auch machen, wie ihr wollt, mit der Einstellung, mit der ihr am schnellsten seid. Über das Differenzialgetriebe könnt ihr noch einstellen, wie beschleunigungsempfindlich das Auto ist, wie viel Anfangsdrehmoment man hat. Das ist ganz gut, wenn man ohne Fahrhilfen und ohne Traktionskontrolle fährt. So, und jetzt kommen wir hier zu Butterbody-Fische. Nämlich die Gänge. Wenn die zu lang sind, dann habt ihr das Problem, dass das Ding überhaupt nicht in den Drehzahlbegrenzer geht und dass ihr teilweise gar nicht in den sechsten Gang oder den höchsten Gang des Autos kommt. Und weil die einfach mit niedrigerer kW-Leistung nicht auf die Höchstgeschwindigkeit kommt. Und ich habe hier eine ganz nette Einstellung und da mir die gefällt, regele ich das einfach nur über die Höchstgeschwindigkeit und sage, hey, höchstwahrscheinlich schaffen wir, keine Ahnung, Spa, lange geraden, 300, weiß ich nicht. Also stelle ich den hier auf 290, dann sind wir im sechsten Gang, bei der maximal beim Drehzahlbegrenzer, bei 304 kmh. Und dann testen wir den Spaß hier und schauen, was dabei rauskommt. Im Endeffekt habe ich mich bei dem Porsche dazu entschlossen, den auf 270 kmh zu regeln. Dann ist der im sechsten Gang beim Drehzahlbegrenzer Pi mal Daumen bei 275. Das erreiche ich nie im Leben. Selbst hier mit Windschatten und KI-Fahrern komme ich mit auf Balance of Power begrenzten Porsche maximal auf 255. Da ist Schluss. Aber das Schöne ist, wir kommen nicht in Drehzahlbegrenzer. Wir haben eine schnellere Beschleunigung durch die kürzeren Gänge in den niedrigen Gängen. Das ist ganz geil. Und wir sind irgendwo noch im effektiven Leistungsbereich, wenn wir beim höchsten Gang wirklich am Ende der Nadel sind. Also so 255. Da geht noch was. Zur Not ist es auch immer ganz gut, so ein bisschen Reserve zu haben. Denn wenn ihr da mal Windschatten fahrt, dann kann es sein, dass ihr schneller werdet als ohne Windschatten. Und da ist so ein klein bisschen Headroom oder Spielraum nach oben hin immer ganz nett. Finde ich zumindest. Ist so ein bisschen persönliche Einstellungssache. Aber für alle, die das hier noch nie gespielt haben, ist das hier vielleicht was ganz Neues und böhmische Dörfer. Aber achtet darauf, einfach eure Höchstgeschwindigkeit an die Höchstgeschwindigkeit der Strecke oder die maximal mögliche Geschwindigkeit der Strecke anzupassen. Da habt ihr einen schönen Vorteil. Beziehungsweise, naja, ihr habt zumindest keinen Nachteil. Ihr habt eine schnellere Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit passt dann halt zur Strecke. Denn es bringt nichts auf einer Strecke, wo ihr maximal 280 fahren könnt, das Getriebe bis 330 hochzuziehen. Vor allen Dingen nicht, wenn die Leistung begrenzt ist und das wird sie bei allen unseren Autos sein, die sind alle ausgeglichen. Da lohnt es sich dann einfach zu gucken, hey, was schaffe ich, was geht auf der Strecke, was geht mit dem Auto bei der und der Leistung und das dann anzupassen. Dann kommt man halt besser weg. Insgesamt schneller Rundenzeiten. Ich habe tatsächlich mit dem Setup meine Rundenzeit von gestern aus dem Teststream nochmal um zwei Sekunden unterboten. Wir waren bei 2,25 und ich glaube, ich habe jetzt hier 2,23 und ein paar kurze. Sehen wir jetzt hier schön im Video. Klar, Moment. 2,23, 2,8, 9 ist die neue Bestzeit. Und sowas in der Art geht es dann heute Abend zu schlagen beim Qualifying. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn ihr alle dabei seid. Und ich freue mich auch sehr drauf, wenn wir uns alle heute Abend treffen. Und vor allen Dingen freue ich mich drauf, noch schnellere Zeiten als meine zu sehen. Denn ich bin hier nicht pönig, ich bin nicht gut, bin auch nicht der Beste. Und ja, ich freue mich sehr drauf, zu sehen, was ihr alle so rockt. Und ich glaube, es gibt da ein paar Leute bei uns, die mitmachen, die echt Potenzial haben und die richtig Gas geben können. Und ich habe auch ein bisschen Muffensausen vom Moppeking, muss ich sagen, weil der, wenn der einmal im Rennmodus ist, ist Feierabend. Ja, da sind wir schon am Ende des Videos mit Niedelnagel neuem Abspann, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf rechts gibt es den Abo-Button und mehr Videos-Button, falls euch das hier gefällt. Klickt mal drauf, unten runter alle unsere Kanalmitglieder nach Rang sortiert. Dankeschön für die Unterstützung. Leute, ihr seid richtig geil. Und ich kann nur sagen, wir sehen uns auf der Strecke heute Abend. Tschüss. Tschüss.